Also einmal muss man sagen, dass Holz ja eigentlich der Werkstoff ist, der dem Menschen seit frühester Zeit am nächsten ist. Ohne das Holz, denke ich, wären viele Dinge nicht möglich gewesen in der menschlichen Entwicklung und deswegen ist es, denke ich, das Material, was wir auch weiterhin als unser Lieblingsmaterial anerkennen sollten. Die natürliche Beschaffenheit, die Unregelmäßigkeiten im Holz sind deswegen so wichtig und interessant, weil das die Orte sind, wo Kinder auch Erfahrungen sammeln und spielen können. Wenn sie raue Stellen, Astlöcher, Risse, Harzgallen und so weiter am Holz erleben, dann sind das immer die Punkte im Material, wo sie einfach besondere Aufmerksamkeit drauf richten und Erfahrungen sammeln. ... Untertitelung des ZDF, 2020